RASCHID und dann die Nordrhein-Rashid Nachspielzeit Das ist RASCHID ZAAA! RASCHID und der Ball ist im Tor! 1 und da geht der Fuß von RASCHID ZAA! RASCHID ZAA! und der macht das überragend ein Zipp nicht zu halten, der wird auch noch behindert von dem eigenen Mann zack gegen Oxfot den Tanz aus und dann Bundesliga Doppelmann 31. Kuse RASCHID ZAA! So geht das! Außer die Truppe von Kuse hat in jedem ihrer 25 am 43. Mal RASCHID ZAA! Höchster Vollzeit RASCHID ZAA! RASCHID ZAA! RASCHID ZAA! Vorteil! RASCHID ZAA! RASCHID ZAA! RASCHID ZAA! gespielt RASCHID ZAA! ... Gibt es anschließend nichts zu halten. Der Ball hat gut geordnet. Raschica ist ebenen schnell und auch trefflicher. Wahnsinn. Anschlusswemmer ist alles wieder offen. Das Stadion wird enden. Den Ausschlag für Elfmeter. Raschica drin. Seilentüber von Burgum. Jetzt kommt Dominanzauftritt. Milot Raschica erzielte die 3 zu 1 Führung. Und man führte Raschica. 0 zu 1 in den Führung der Sturmwaggung. Das der vierte Besatz in der Nachspielzeit. Und genau so. Hier in der Tränen sich Frankfurt und Tränen unentschieden. Die Freizeit.